Joa, Arschlecker Home Shopping. Das Kundenbestellmagazin ist neu, garantiert von Arschlecker. Hier mit einer neuen Hightech-Glassdiagnose-Waage. Fällt einem auf den Boden, ist kaputt. Anzeige Wasseranteil. Oh, Penny, 0%. Geil. Boah, was gibt es hier noch so? Ich bräuchte mal wieder einen neuen Staubsauger. Von wem ist er? Dirt Devil. Dreckiger Teufel. Ich hab Penny letztens aufgesaugt, Alter. Leiser verstopft. Was heißt verstopft? Penny ist aus der Luft wieder rausgekommen. Mach schneller. Ja, warte. Hier, ne. Wirklich schneller, ich hab kaum noch Batterie. Den will ich mir kaufen. Zieht euch den rein, Jungs. Das ist ein Porsche 911 in schwarz. Für sage und schreibe 8,49 Euro. Das war billig. Es ist ein Zweisitzer. Kommt zum Ende. Mit Vierradantrieb. Also den werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Ist sogar fängesteuert. Brauchst kein Lenkrad für. Kommt zum Ende. Arschlecker. Schaltet den nicht wieder ein, wenn Fossi seine Bücherstunde eröffnet. Du, du, du.